Hallo, liebe Schwestern, ich bin Jesus Christus, ich grüße Ihnen von Isaac, Jesus Christus, Sie sind Gefangene und Gott, Sie sind Evangelium. Hier wollen wir von der Oeimel-Basschen in der Show-Ruhen. Ein Ammer war, da kommen Frauen ab, da kommt ein Katholischer und fragt mich, wie Isaac, ein Katholischer, ein Katholischer, ein Katholischer, auch Jesus Christus annehmen. Und das ist so treurig als erstes, dass wir auf der Religion gewesen sind und das bloß die Soh-Ton durch den Gefolgen haben. Hier sind zwei Kinder in diesem Leben, ein, das Religion, das ist dann bei der Feind, und dann steht, dass es von der Religion, das ist Gott, und wer ein Religion leben hat, mit religiösen Sachen, die Welt sich sehen, himmelreich verdäumen, und so ein Gerdgleich zu verdäumen. Dort ist ein Geschenk von Gott, dass die Welt so sehr leuven hat, in der Einzigen Sehnen, nur, dass man am Glauben hat, nicht verloren hat. Halleluja. Ein Evangelium Johannes, drei Vers, das ist zehn. Dann, äh, da haben wir hier ein Wohlenbästchen. Ein Wohlenbästchen wird sein, durchschrieben, oder durchmohlen, in, äh, von der Seite war einfach Bern, ein Maschinenshop, und wenn es so kalt und kalt und kalt und zettend ist, und, äh, haben wir das Wort von mir hierherbein. Dann, äh, möchte ich ja erst mein Vierer hier sein, um bloß Wahrheit und mein Anbelumendheit wiederzugeben und Jesus fest zu sehen, um ihn. Wir wollen dort, dort ist gerade support in der Welt, dort ist Katholik. Katholik, oberen auf das Religion des Wajerlandians. Religion. Dann, äh, dann haben wir ihre ähnliche Sachen, ihre eigene Form von dem Herrlein. Die haben, äh, verschieden alle kommt. Die beden, der will gehen, Maria. Und die, äh, äh, die, 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 äh. Also, würd es sich ja dazu verstaun, um die eigenen Aufgaben aufzunehmen, oder woanders aufgemeinieren sollen. Dann kann man nicht so ein perfekter Modell aufheben, aber das ist einmal der Kurt, wo wir alle da nicht machen, gehört hin durch die eine Fahrt. Dann der Weg ist schmal, die eine Fahrt hat, der Weg ist schmal, der ist mein Leben hier. So, wenn eine Religion, ein jünger Mensch, wird keine Verfolgung liegen, wenn der eine religiöse Volk zu ermöglichen und geht mit dem Menschen. Dann, wenn jemand wie alle da nicht ausgestattet wird, wenn man einmal da nicht kommt. Dann, Evangelium, Johannes, drei, fünf, drei, 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 vier preferred, drei, drei! Dann har ich jetzt gesagt, dass, coachen Professor selbst, ihr Ex ist, was wir alle So, und dann waren wir hier so, dann waren wir hier gestärkt und wir waren immer prachlisch und prachlisch. Je mehr wir Gott beten und je mehr wir auf die Bühne knallen und je klarer wird unser Hälschen. Dann hier hängen wir, wir hatten noch verschiedene Prozesse. Und wenn wir das lachen, wenn wir uns reingeln lachen. Gott sieht aus, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden, immer ähnlicher werden. Und dass manche wollen sagen, ja, wei. Ich will einfach sagen, von einem Monat drei, nach einem Monat drei, dann holen wir die Eier, dann muss der Hälschen gehen. Und dann sagt Gott, das ist er. Ich will dich mal prüfen, dass du deine Selbstbeherrschung wirst. Wenn du hier, wenn du wirst über dein Fleisch, oder ist dein Fleisch, dann haben wir wirst über dich. Nein, was dann? Dann sagt er, du mal hier mal ab, mit Coca-Cola drinken. Haaa, na, sagt mein Fleisch. Das, was ich kann bloß so gehiert haben. Coca-Cola drinken, das schmeckt so schön, sagt er, kleiner Bessertje Coca-Cola noch, oder danach. Bordwara, Bordwara, sagt er, Isak. Wenn du eine Hechere, wenn du eine Gratere aufgeben kannst, kannst du nicht einmal dein Fleisch selbst bekämpfen können. Kannst du sein und nicht dein Fleisch. Jetzt habe ich immer noch eine Minute. Keine Coca-Cola drinken. Keine Dressjöse. Keine Säder, was du gehst. Dots und scheine Zeichnissen. Fängt doppelt, doppelt vermittelt. Dass ich immer nicht gelegen habe. Ich weiß nicht, wo viel Koffel die Säder ist. Ich lasse ein Monat, was er aufsägen. Das Video war lange genug. Im nächsten Video war ich fertig. Gott sei Dank. Bis zum nächsten Mal.